Die Brachytherapie ist eine ganz besondere Form der Strahlentherapie. Brachy kommt aus dem Griechischen und heißt kurz, das heißt nichts anderes als dass der Abstand zwischen der radioaktiven Quelle und der der zu bestrahlenden Region meistens des Tumors halt sehr kurz ist, nämlich direkt dort angebracht wird. Man kann unterschiedlich Brachytherapie durchführen, indem man zum Beispiel den Tumor spickt mit Hohlnadeln, wo dann der radioaktive Kern eingeführt wird, dort eine Weile sitzt, abstrahlt und wieder zurückgenommen wird. Das ist das sogenannte Afterloading-Verfahren. Es gibt aber auch die sogenannte Permanent-Seat-Implantation, wie zum Beispiel bei frühen Stadien des Prostatakarzinoms, wo man die radioaktiven Kerne direkt in den Tumor reinbringt, die dann dort bleiben und dort auch über die Zeit abstrahlen. Es gibt auch die Intrakavitäre-Therapie, wie zum Beispiel bei gynäkologischen Tumoren. Wenn Frauen zum Beispiel den Uterus entfernt bekommen haben und man muss den Scheiden stumpf noch zur lokalen Kontrolle brachytherapeutisch behandeln, dann führt man einen Zylinder ein, wo dann über die Afterloading-Quelle quasi der Kern dort platziert wird und dann auch wieder zurückgenommen wird. Das ist die Intrakavitäre im Gegensatz zur interstitiellen Brachytherapie. Man kann auch Oberflächeltumoren behandeln, indem man auch Katheter zum Beispiel in Hauttumore einbringt, die dort mit dem Afterloading-Verfahren bestrahlt werden können. Es ist eine sehr alte Methode der Brachytherapie, das sind so die ersten Anfänge sogar der Strahlentherapie, nicht lange nach Konrad Röntgen.